Wir machen gerade so eine Social-Media-Aktion, wo wir den Leuten anbieten, alte Gegenstände gegen neue Gegenstände auszutauschen. Heißt, wenn ihr einen alten Schlafsack habt oder eine kaputte Decke oder sowas, würden wir euch anbieten, das einfach gegen was Neues auszutauschen. Ich meine, Schlafsack gäbe es mir, Kai. Wie heißt denn du? Ich bin Erik, Kai. Freue mich. Er hat vielleicht auch irgendwas? Ja, ich habe einen Schlafsack. Du hast so gar keinen Schlafsack. Ich habe den und einen ganz dünnen Sommerschlafsack. Da bin ich wieder. So, die sind für euch. Dürft ihr euch aussuchen, welche wollt. Das sind gute Winterschlafsäcke. Egal, ob sie beide gut sind. Das sind wirklich beide super. Das friert dir hoffentlich nicht mehr. Weil das ist ja wirklich nichts, was du da hast. Das war jetzt, nein. Und ich komme aus dem Erzgebirge. Ich bin Temperaturengewöhung. Dann hoffentlich schläfst du damit gut und mach's gut. Ja, bis zum.